Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde auf dem Freizeitpart. Und genau das haben ich und der Mini auch gerade, denn unsere Winterferien fangen... Ah ne, Weihnachtsferien fangen einen Tag früher an. Mini, erzähl doch mal, wie kommt das zustande? Wir wissen, dass wir zu einer speziellen Schule sind, wo gute Leute mit der Naht sind. Ne, wir sind aus einer speziellen Schule, das fasst schon recht gut zusammen. Ne, Sonderschule nennt man das auch und ähm... Ja, GOMMA LEGT in letzter Zeit richtig. Jetzt können wir einen Titel, kann ich in Caps GOMMA LEGT Rufzeichen schreiben. War rot, Alter. Und ich bin genau dahin. Ist einfach so nice, dass du dabei bist. Weil ist mir die Lustigste. Ich kann mir das leisten. Thomas Lindner heißt der, oder? Nein, Mini. Wer? Uh, ja, ja, nice. Das gibt's echt nicht. Was? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hey, Bitsche. Das gibt's nicht. Jawohl, den soll ich dich krieg, Tom. Weil das hätt's jetzt echt nicht geben. Das hätt's jetzt echt nicht geben. Das hätt's jetzt echt nicht geben. Den Klipp bekomm ich. Nein! Nein! Mini, du bist einfach der Einzige, der leer ausgegangen ist und lass uns trotzdem aus. Typisch Nögel. Ja! Wir freuen uns, dass die Kils machen. Man, die sind so dumm. Hey, warum? Was sind solche MC-Kili? Dass du mehr Kils dich hab, desto trauriger bin ich meistens. Weil das halt auch mit Tod und Zerstörung zu tun hat. Naja, ich find das halt hart asozial. Boah, wie der einfach Antin hochbegabt, die kleine Drexer hat. Ja, ja, wahrscheinlich. Kleine Drexer. Maki, du bist hochbegabt, ich hab's immer gesagt. Aber jetzt ist das einfach die Gestätigung. Der Maki richtig hochbegabt ist. Ja. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, lol. Das ist ja echt so. Ich bin in der Lieder in der Base, Mini. Wo sagst du, kommt man easy zum Mettland? Ich bin in der grünen Base und du kommen sie. Wahrscheinlich. Von hinten kommen wir ja easy. Nein! 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 Bitte nicht! Nein! Man, das ist... Man, das ist... Man, das ist... Man, das ist scheiße. Wah! Wah! Und diese... Wah! Wah! Ich... ...ich... Außer die offline müssen. Ist der immer noch dabei? Oh ja! Ist der immer noch dabei? Oh ja! Auch geil! Wenn der Typ sich da irgendwie reingeworknet hat! Das ist doch geil! Wie er sich da irgendwie rein gebaut hat! Ja! Ich würde so kein einzigen Kill-Mini, du kriegst alle Kills! Ja! Hast du auch einen Killverdienter? Ist ja recht so, der Frage! Na, mehr wieder ja! Ich hab 3 kills, also eine schlechte Runde! 50 ist für mich normal und ich habe eine lila in der hose an super jahren war ja du bist der coole ja ich weiß ja geil ich wollte schon immer mal eine lila in der hose aber ich habe und bitte seite ich nicht so komisch in mein Liebes bitte wieder normaler Maschinen finde ich unangenehm was ist jetzt halt? kannst du nicht einfach mal leise sein? das ist richtig dumm hier oben gekriegt, oben gekriegt Mini äh fliegt da eigentlich gerade jemand zu grün von uns fliegt da jemand von unserem Team zu grün obwohl die ihr Bett gar nicht mehr haben kann es sein dass das jetzt der Fakt ist und dass der Typ das gerade gemerkt hat er umgedreht hat mitten in der Luft nein das kann nicht sein das ist alles nur Fake und Schauspielerei das verbitte ich mir wie er einfach niemand den Grünen tötet warum tötet niemand den Grünen? ne ernsthaft jetzt warum tötet niemand den Grünen? Jan weißt du das ist halt so ein Ding das wollte man sie fragen warum genau wie Penis auch wie blöde Süßes 5 Küsse ihr? ich würde mal sagen wir sehen uns in der next round also auch im nächsten Video dann und ich würde mal sagen klickt jetzt auf die Videos die hier aufploppen und bis zum nächsten mal tschau